Liebe Leserinnen und Leser, wir befinden uns an einem Originalschauplatz aus meinem neuen Psychothriller Mimik. In diesem Hotelzimmer kommt die Hauptperson wieder zu sich, Hannah Herbst. Eine bislang völlig unbescholtene Frau, sie aber gesteht, ihre Familie bestialisch abgeschlachtet zu haben. Ich mach mal eine Pause. Gut. Mimik. Ab 25. Oktober.